hallo und herzlich willkommen bei reddorf gamble ich spiele wieder mecharena das ist eine vorproduktion deswegen kein happy birthday weil ich nicht weiß wer geburtstag hat also eigentlich immer an alle happy birthday aber ich werde gleich akzeptieren ja gut dann starten wir sofort mit einer hunde mit dem freund dann sei mal viel spaß ok die erste runde geht los 2 gegen 2 ja was soll ich dazu sagen ich habe eigentlich nicht die gute für sowas jetzt gerade hier da hinten rechts ist der andere ohne da ist er zack der erste da und und der zweite da kommt gleich der dritte schnell verstecken wenn ich nachladen muss zack der nächste da und fausti als faustig hinter den ohren ok die erste runde geht an uns und ich nehme jetzt in hier dann springe ich oben auf dem dach auf und störe die dann von oben zack oben bin ich wo nice supi Muhi wihihihi Uuuuuhh! Und wo kommt der andere? Was ist das? Mit Asho... Asho plum 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 Wow nice 3, 2, 1 und... Ich habe die glaube ich gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich eine Quest, dass ich mit Raketen Leute killen muss, aber ich glaube die ist gestern gelaufen. You have won the match. Yeah. Nicey, geissy. Gut, dann würde ich mal sagen... Möchte er noch eine Runde? Oder nicht? Na gut. Dann bis gleich in der zweiten Runde. Die zweite Runde geht los. Wieder 2 gegen 2. Die ist immer mein. Den hier. Ich probiere mal jeden heute zu spielen. Also heute werde ich sowieso jeden spielen, aber ich meinte in dieser Folge jetzt, ne? Ihr wisst, was ich meine? Hast du auch bei mir noch? Okay. Jetzt war ich auch bereit. Können wir mal rüber hier. Verstecken wir uns. Genre. Humillation. Well done. Inputting fire. Reloading karme. Killing spree. Well done. Smack down. Oh, er will stunnen, der Gegner. Das schafft er auch. Ah! Ach, daneben geschossen. Oh, 9-0. Nice. Dann nehmen wir jetzt mal Shadow. Haben wir auch noch nicht gehabt heute. Oder in dieser Aufnahme. Oh, lecky, lecky. Er hat mich enttarnt. Juhu. Juhu. Sack, nehmen wir mal andere Seite rüber. Komm, der hat Fernkampfwaffe. Oh, hat er gar nicht. Ich dachte, das Fernkampfwaffe. Ach, die kann man weit und nah. Okay. Okay, okay. Dann nehmen wir jetzt den hier, der eigentlich gar nichts bringt in dieser Runde. Acht, zehn, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Feuer! Hm. Doppelkill. Fünf, drei, zwei, eins. Okay. Und das war die zweite Runde. Oh. Ich bin mit meinen Scharfschüssen auf Platz eins. Und dann werde ich mal sagen, wieder ein paar Queste fertig. Zack, zack, zack. Uh, nice. Sieben Stück. Bestimmt noch mehr. Oh, er hat abgelehnt. Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Runde. Viel Spaß. Jetzt kommt die letzte Runde. Und zwar FFA-Wettbewerb. So. Der erste Kill. Der zweite Kill. Ah, das gibt's doch nicht. Fast der dritte Kill. Ja, Alex. Halbes Leben noch weg. Hm. Ich muss doch besser werden. Drei, zwei, eins. Und. Nein. Zu wenig getroffen. Ich glaube, es ist sogar gar nicht getroffen. Oh. Auch nicht down. Jetzt aber. Down ist er. Wow. Nice. Dritter Kill. Wo sind die Opfer? Äh, da nicht. Da hinten. Ah, okay. Den nicht. Dann nehmen wir... Näher ran, näher ran. Jawoll, ja. We got it. Oh, der war schon Feuer down. Ach, je. Okay. Ja. Supi. Fünf Kills. Ah, das ist zu weit weg. Wird in der Karte geschossen? Nein. Das ist immer so ärgerlich. Ah, aber zweiter Platz. Alex ist Nummer eins und ich bin Nummer zwei. Gut, dann will ich mal sagen, das warst du heute. Oh, er hat den ersten und zweiten MVP. Ich hab nur den dritten. Egal. Passt. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Aufnahme. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, wünsche euch viel Spaß und dort wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.